In der blauen Ecke, Nouvelle-Ouauta aus Frankreich, geboren in Lyon, boxt in rot-blauen Hosen. Er ist 28 Jahre alt, 2 Meter groß, 113 Kilo schwer. Profi seit Juli 2009, mit einer lupenreinen Bilanz, 12 Kämpfe, 12 Siege, 8 davon durch K.O. Er ist der amtierende französische Meister im Schwergewicht. Sein Trainer, Asedin Zitoni, aus Frankreich, Nouvelle-Ouauta. Sein Gegner in der roten Ecke, geboren und wohnhaft in Ahlen, Nordrhein-Westfalen, boxt in schwarz-weißen Hosen. 31 Jahre alt, 1,95 Meter groß, 112 Kilogramm schwer. Profi seit September 2010, auch er mit einer lupenreinen und identischen Bilanz. 12 Kämpfe, 12 Siege, 8 davon durch K.O. 2011 er war bei dem WBC-Gürtel des Mediterranean-Champions, sein Trainer, Trainerlegende Otto Ramin. In der roten Ecke, Erkan Teper. Applaus Er ist derjenigeinsonin Sie? Ok. Ok. Pulsier. Ring frei, Runde 1. 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 Stopp! Vox! Stopp! Vox! Hey! Hey! Kühl mal, wie man sitzt. Wenn ich weiß. Tief oder tief. Ah, ist tief. Wollt ich. Egal, aber gar nichts. Okay. Sex out. Ring frei. Runde 2. Round 2. Gut. Lasse. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Brick! 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 Vielen Dank. 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 ... 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 Aber ich wusste, der hat auch... Und hier das Urteil des Kampfgerichtes, Sieger durch Aufgabe nach Runde 7 und damit neuer EU-Meister Erkan Teter aus Deutschland. Und nochmal einen herzlichen Applaus für sein Gegner Juhel Wauter aus Frankreich.